einen wunderschönen guten tag zusammen und einen wunderschönen morgen ich weiß nicht wann die folge kommt so curseplay ist am grubbern curseplay ist am flügen auf feld 5 und wir können jetzt eigentlich ich wollte eigentlich jetzt war geplant noch zwei wiesen düngen weil ich weiß auch nicht wenn man die wie sie hier das kurs play die sind am laufen das sind die felder ja gut dann werden wir die düngen und hier oben die am pferdehof wobei das wäre jetzt noch nicht so wichtig als nächstes wäre wichtig wir bauen saatgut und das der maschine mal gucken mal was mal im angebot haben der maschine ja dann wenn wir die holen und dann kommen wir noch hier dann brauchen wir noch saatgut 780 liter ok da haben wir haben wir mal vier boxen wir holen mal vier boxen pro box ja da die jetzt alle hier was zu tun haben und jetzt mal den comic und dann können wir das schon mal vorbereiten das wäre nämlich schwieriger jetzt der pb8 den verkaufen der ist irgendwie mal hängen die pb8 wo ist er dann also doch so hier müssen wir auch noch das nächste was wir machen wenn wir jetzt die saatgut auf dem hof haben und dazu dann werden wir hier mal das schuh hier rausholen sagen wir mal kurz warten bis das rote m schon ausgeht dann können wir eben starten weil ich würde gerne dieses stroh und zwar haben wir auf der v2 hier das gebiet ist ja komplett neu dazugekommen und mit verkaufen zwar haben wir hier wort sein kompostanlage der gewerk kompostieranlage und zwar ist er da ist er schönes alte eine schöne alte kompostieranlage ganz wie sie mir gefällt kompostmaster würde ich gerne hier das stroh reinfahren und den dann kompostieren da können wir eigentlich so rauslaufen ihr könnt auch gleich mischtreuer drunter stellen kompost ja stroh hier rein hätten wir nämlich auch gleichzeitig nämlich dünger abfall nutzungshinweis so ein bisschen runter gehen potato also kartoffeln zuckerrüben glas gras heu stroh und chips immer nur im kompost ja können auch keine holzstürmer könnten man auch einschmeißen aber da können wir hier auf jeden fall das stroh hinfahren haben wir kompost auch noch mal links zum düngen wir könnten auch das stroh verkaufen wir können nur gar mal gucken wir gucken mal ähm stroh haben wir englisch stroh stroh bollek und bollek 0 euro so das sieht ja nicht so gut aus dann fahren wir es hier zum kompost auf definitiv aber der ist schön hier am kuban jawohl first play sehr schön die ecken ausgefahren top so die ballen gabel lassen wir mal stehen so so wenn man da geht ja das geht so dann fahren wir es mal satbel holen kann man auch hier schön die steuerung schon von innen alle schalten hopp weil zeitgut ist jetzt wie gesagt beschicker die zwei wiesen die kann man dann nächst oder übernächste folge dann noch äh füllen so dann können wir drauf fahren so dann müssen wir den mitnehmen unser ballenwagen glatt vom wagen schütze aber beleuchtung hat da keiner ist aber schlecht wenn wir dann später über die straße wollen zum kompost master bräuchte mal beleuchtung hier auf das fällt mir mal gerste und auf dieses feld hier auf der schmale hier da wollte ich mich ansehen wird zwar jetzt nicht zu viel ergeben aber dann haben wir schon mal silage für uns fahrsilo die lage ballen werden wir auch noch in den anhänger voll weg verkaufen so da steht ja schon alles so machen wir jetzt mal schön das sollte funktionieren aber gerade so ich glaube das ist nicht mal ein blatt papier dazwischen gegangen Lippengabel so jetzt setzen wir erstmal die semmerschöne zusammen stellen wir mal auf seite dass wir hier ein bisschen platz haben dann können wir in der nächsten folge mal anfangen mit ansehen Läuft das? was soll man jetzt frühlings anfangen? jawohl halb fünf dann lass ich schnell noch die nacht vorlaufen dann kommt das auch besser da steht die Probox im Weg wenn wir eigentlich schon eine auffüllen können oh da brauchen wir brauche ich den in Holland ja normalerweise könnte man die doch unten noch anheben oder? äh gut ne komm mal nicht daneben oh die hängt doch mal tief so jetzt dann laden wir auch gerade schnell die Proboxen auf und dann wieder einfach ums Hof ist eng ja hier ist es eng steckt einem direkt ins Auge wo es herkommt so laden wir jetzt ein bisschen mittig dass wir das Gewicht ein bisschen verteilen weil nur vorne ist auch nicht gut sollten eigentlich vormschlussisch geladen werden ja ich weiß dass aber wir machen es jetzt mal so so der Etopedo ist aus dem Mordordner raus der hat Probleme gemacht der Lok das Problem haben wir jetzt nicht mehr das war jetzt aber nichts ach sag mal nehme ich die von der Fall aber ich kann mal so reinfahren ist besser ja ich hoffe das gibt heute hier nochmal etwas ja das sieht besser aus mal quer nehmen oh voll ne 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 du das ist nicht original ich glaube es wäre besser gewesen wenn ich die Ballengabel geholt hätte weil die Zingen sind nicht gerade so breit oh der Dings ist fertig dann können wir den gleich mich gleich rüber setzen zum nächsten Feld das läuft richtig gut so guck mal von der Seite ran das ist aber auch hier was frage ich mir denn hier zurecht normalerweise geht das ratzfatz ja ansehen werden wir dann mit dem T7 mit dem Jauland alles habe ich weil ich andere jetzt von so das ist nicht original geladen das war so überhaupt nicht geplant warum bleibst du jetzt denn stehen da mal das gibt es ja nicht also wenn du jetzt noch zuschaut dann seid ihr echt gut das wird heute hier ein bisschen länger dauern glaube ich ja so jetzt aber im Hof jetzt mal Spanngut rum okay das ist jetzt nicht original zum Glück fahren wir ja nur Feldweg und es ist zum Glück auch nicht weit bis zum Hof yep mit ein bisschen zu tun den b-truck und den hollands setzen jetzt gar noch schnell um ja dann passt es ja auch soweit dann haben wir nämlich wieder am ende unserer folge das ist wenn du hier aufnimmst das ist da willst du so viel und dann ruckzuck wenn du die auf mit auf die uhr achtest das ruckzuck ist die viertelstunde rum das wahnsinn ist der wahnsinn da das laden wollen dann später ab vorne quer schreck hier hin und dann kommen die hier rein dann kann man die schön hier am besten hier auf die seite abgeladen da ist aber schnell zum holen so der ist fertig sehr schön abfahren lassen danke dann brauchen wir nicht über das ganze feld noch mal zu fahren fahren nämlich nur wieder unnötig alles fest das ist feld 5 und 4 meter startposition vorgewendet dreimal scharf muss berechnen einmal anzeigen sehr schön ja ihr habt doch da ihr habt da ist alles gut wo wir bräuchten ein bisschen gas für euch aber ansonsten silage habt ihr bekommen von mir alles paletti dort dann machen wir das hier einmal f5 und flug jeder perfekt lassen wir mal weg verhelfer einstellen sehr schön einwand frei ja ist gesagt wie gesagt ein flugdextur schon drauf wir müssen noch mal fügen da kommen wir nicht drum herum genau dann haben wir nur noch feld 11 müssen wir noch flügen der körper wird dann direkt auf feld 6 umgesetzt und dann kann man immer so schön rund wandern wir können dann in der nächste folge feld 7 ansehen man mag erste drauf erste raps und fleisch feld 5 soja wohnen ich muss mal gucken und hier haben auf jeden fall mais hin mit 11 dann haben wir schon ein bisschen futter das war silo und so freunde das war es dann für diese folge danke fürs zuschauen wir haben ja wieder schon über die stränge geschlagen 23 minuten ach ja aber es ist halt eben es ist halt immer arbeit auf dem ruf ich werde jetzt noch die boxen abladen und sehen wir uns in der nächsten folge wenn wir ansehen ich melde mich ab ich verabschiede mich dank fürs zuschauen hoffe ihr seid morgen noch mal dabei fahrt langsam passt auf euch auf in dem sinne wenn ihr nicht abonniert hat kann es jetzt gerne tun kostenlos seid immer auf dem laufenden band bis dahin ich wünsche euch was macht's gut bis dann alle tschüss bis dahin bis dahin